Sich selbst lieben Hat das etwas mit der von Gott erkannten Identität zu tun, mit dem neuen Leben, mit der Geburt aus Gott, die uns Jesus Christus ähnlich macht? In dem Buch Gottes Untergrund schreibt Richard Wombrandt, Als die Rote Armee Rumänien besetzte, drangen zwei sowjetische Soldaten ihre Gewehre in der Hand in die Kirche ein. Dort riefen sie, wir halten nichts von eurem Glauben. Diejenigen, die ihm jetzt nicht auf der Stelle absagen, werden sofort erschossen. Die ihren Glauben jetzt aufgeben, gehen alle nach rechts. Einige begaben sich nach rechts, ihnen wurde befohlen, die Kirche zu verlassen und nach Hause zu gehen. Sie flohen aus Angst um ihr Leben. Als die sowjetischen Soldaten mit dem übrig gebliebenen Christen allein waren, umarmten sie alle und eröffneten ihnen, Auch wir sind Christen, aber wir wollten nur mit denen Gemeinschaft haben, die für die Wahrheit auch zu sterben bereit sind. Sich selbst lieben Hat das etwas mit der von Gott erkannten Identität zu tun, mit dem neuen Leben, mit der Geburt aus Gott, die uns Jesus Christus ähnlich macht? Gott hat seine Liebe zu dir bekundet, mit dir etwas begonnen, sonst wärst du nicht hier, gerade jetzt. Vielleicht hast du noch keine Beziehung mit ihm, das kann sein, aber du hast seine Liebe schon erfahren. Und jetzt möchte er, dass du herausbekommst, wer du bist. Folgender Text macht dies deutlich. Römer 7, Vers 18 und folgende Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde in mir verführt mich zu allem Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handele ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich auf mich selbst gestellt bin, sieht es also folgendermaßen aus. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich an das Gesetz der Sünde versklavt. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Die erste Frage, können wir das annehmen, dass wir so gestrickt, verstrickt sind, wie hier beschrieben? Erkennen wir uns, dass wir etwas taten, das wir gar nicht wollten, selbst in dem Moment, als wir es taten, wollten wir es nicht, wir taten es und schauten uns selbst dabei zu, wie wir lieblos handelten, während wir lieben wollten. Entdeckten wir dies bei uns? Dann wissen wir ein wenig, wer wir jetzt sind. Der Begriff, sich selbst lieben. Die Bibel ist ja kein Rezept, kein Konzept, Rezeptbuch. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Was sollen wir? Du sollst den Herrn, deinen Gott. In dem Text redet Gott mit Menschen. Das vergessen wir manchmal. Für uns ist es oft ein Text. Aber darin begegnet Gott einem Volk. Das Volk hatte schon viel mit Gott erlebt, aber jetzt will er etwas mitteilen von sich selbst. Vorher Hilfe, Wegweisung, Erfahrung, Theologie, jetzt Mitteilung seines Wesens. Gott fordert keine Liebe, wie man bei dem Wort im Deutschen denken könnte, du sollst. Gott fordert keine Liebe, sondern er bringt diese Liebe mit. Er ist sie selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott. Er stellt sich vor. Herrn und Gott. Ein schlechtes Beispiel. Wenn ich dir sage, spüle ein Kompost raus, Zimmer aufräumen. Dann weißt du, hier hat ein Vater mit seinen Kindern gesprochen. Die Anrede kam vom Vater zu den Kindern. Du weißt, du warst nicht gemeint, nicht angesprochen. Dich würde ich anders ansprechen. Ich würde dich vielleicht so ansprechen. Guten Tag. Wie geht's dir? Was macht dein Rücken? Spielst du gleich das Lied? Hier sind Personen erkennbar als Freund, vielleicht Geschwister oder Team in derselben Gruppe. Gott fordert keine Liebe, sondern er bringt diese Liebe mit. Er stellt sich mit dem Satz, Du sollst den Herrn, deinen Gott, Menschen vor. Herrn und Gott. Gott steht für Schöpfer. Herrn steht für Wesen. Herrn ist die Identitätsbezeichnung Gottes. Im Hebräer steht, im Hebräischen steht, ich bin, ist da. Gott offenbart sich als die reinste Form einer Person. Und in seiner Gegenwart wirst du zu dem, was er selber ist. Er übermittelt dir deine Wertigkeit. So wie er dir gegenübersteht, sieht er dich auch als Person. Hier ist Beziehungsfrage. So können wir eher übersetzen. Willst du meine Liebe zum Lieben? Willst du meine Person, um selbst Person zu sein? Du siehst an mir, wie man lebendig ist. Willst du lebendig sein? So ist meine Identität. So ist man ganz da. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft. So wie ich dir gerade begegne. Willst du dich auch so haben? Willst du dich finden, wie ich da bin? Wie liebe ich von ganzem Herzen. In dem mir sein ganzes Herz begegnet. Wusstest du, dass Gott sich auch mit einer Seele beschreibt? In Isaiah 1, Vers 14 3. Mose 26, 11 Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabschollen. Oder in Isaiah 42, Vers 1 Das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Wie liebe ich mit ganzer Seele? Weil er mir, oder eben damals dem Volk, mit ganzer Seele begegnet. Wie kann ich also lieben? Durch seine Identität in der Begegnung mit mir erkenne ich meine Identität. Sie stammt von ihm und mir wird dies klar in der Begegnung mit ihm. Eine Begegnung mit Gott ist nie ein Informationsaustausch. Ich lese die Bibel, höre die Stimme Gottes, dann weiß ich seinen Willen. So könnte man sagen. Aber so war das nicht. Gott ist immer sein Inhalt, um das mal komisch auszudrücken. Das Volk, damals zu dem Gott spricht, du sollst mich lieben, begegnet einem Teil seiner Identität. Sie erkennen, wir sind Geschöpfe Gottes. Weil der Schöpfer mit uns redet. Begegnung mit Gott Das steckt da alles drin in der Begegnung mit Gott. Als Leser der Bibel übersehen wir dies manchmal und haben nur einen Text, der uns vorkommt wie eine Aufforderung, die uns aber mit der Aussage alleine lässt. Und dann müssen wir, wie in Römer 7 beschrieben, verzweifeln. Denn wir können es nicht. Wir wollen, aber wir können nicht. Zwei Fragen auf dem Weg ins Gespräch gleich. Erste Frage. Sich selbst lieben, hat das etwas mit der von Gott erkannten Identität zu tun? Hast du dieses sich selbst lieben schon an dir entdeckt? Zweite Frage. Können wir das annehmen, dass wir so gestrickt, verstrickt sind, wie hier beschrieben? Erkennen wir uns, dass wir etwas taten, das wir gar nicht wollten, selbst in dem Moment, als wir es taten, wollten wir es nicht. Wir taten es und schauten uns selbst dabei zu, wie wir lieblos handelten, während wir lieben wollten, aber es nicht konnten. Entdecken wir dies bei uns? Auch das ist schon Erkennen meiner Identität. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem Verstand, mit all deiner Kraft und den Nächsten, wie dich selbst. Dich selbst lieben.